so geht's los im wettkampf um das ding des jahres nämlich mit einem mann aus einem land also ich würde sagen das mutterland eigentlich aller erfindungen dieser erfinder hat sich des deutschen liebstes hobby angenommen um es zu revolutionieren seine berufliche laufbahn zog den ingenieur 1999 nach deutschland im kotbus habe auch dann promoviert kurz danach habe ich dann meine familie nach deutschland geholt ich koche am liebsten eine chinesische maultasche neben seiner begeisterung fürs kochen hat zhiolai noch eine typischere deutsche leidenschaft für sich entdeckt das grill ich habe gesehen dass rauchentwicklung und flammer immer ein problem ist die neugierde des ingenieurs war geweckt im baumarkt suchte er sich die passenden werkzeuge und zeichnete seine entwürfe dann habe ich angefangen zu probieren zuerst mit meinem backofenrost dann mit einer kleinen grünen im garten in einer nahegelegenen werkstatt lässt er sich die ersten prototypen schweißen und man probleme im kopf hat dann sucht man immer die lösung manchmal auch über die nacht green barbecue war entstanden der klo daran meine erfindung dient dazu die rauchbildung zu vermeiden das wirklich ein großer traum wenn ich die zenten so gewinnen kann ja hoffen wir es für ihn herzlich willkommen zu leidenschaft und seine tochter liam hallo guten abend ich bin juli chang das ist meine tochter liyuan meine erfindung ist der grün barbecue auf das sie können ihn einfach auf ihre kürzen sie können diese auf das anfang auf ihr aufsetzen dann können sie schon fast auch vergrillen die rauchentwicklung ist wirklich ein problem welches wir alle kennen das schlimmste daran ist dass es nicht nur störend ist sondern tatsächlich auch gesundheitsschädlich denn der rauch hinterlässt viele krebserregende stoffe an unserem fleisch der rost besteht aus stahlstäben genauso wie jede andere herkömmliche grill das heißt bis hier ist alles normal wieso entsteht dann kein fettbrand die lösung davon ist eigentlich extrem simpel und zwar hat unser aufsatz eine neigung von 15 grad dadurch fließt das fett direkt in die fettwand hinein das heißt es tropft nichts in die glut und somit entsteht kein rauch aber wie genau das ganze mit der neigung funktioniert wird ihnen mein vater noch mal erklären nachdem er das fleisch weiter ja die ersten würstchen sind schon fertig die riechen auch schon ganz so dass einer ein glas wasser sie sehen was passiert das wasser tropft nicht direkt nach unten sondern fließt entlang dem glas jetzt die neigung wird immer kleiner jetzt haben wir ungefähr ja gleichen rinkel wie dieser aufsatz das wasser fließt immer noch entlang dem glas genau das gleiche passiert mit dem fett jetzt gibt es von nun an kein erstickenden rauch mehr und auch kein schwarz verbranntes fleisch da dessen saftiges goldbraun ist und es gibt sogar etwas was ihnen der aufsatz wegnimmt und zwar den ganzen grillstress ab nun können sie sich einfach als quasi den grill neben sich platzieren und sie können sich auf wichtigere dinge konzentrieren wie eben dem essen dem trinken oder einfach den unterhaltungen mit ihren gästen ich habe noch einen highlight vergleichen nach dem grünen können sie den aufsatz einfach in einer geschirrspüler stelle dann fertig sehr wichtig vielen dank gut dass sie das noch gesagt haben so jeden an den ansatz der grünen barbecue aufsatz macht grünen einfache angenehmer vielen dank 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 ihnen herz und wir sind der grünen meister zu hause auf jeden auf jeden fall es riecht so lecker bei den würstchen kommt gerne mal vor ja jetzt als publikum weitergegeben habe ich es dann einfach für sie alle ja hallo hat matrona yogo service hallo 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 guck mal hier ihr könnt ja weitergehen probiert mal aufs schmeck ja legt mal ein paar würstchen drauf oder das will das einmal sehen ja ja selbst zu jenen gibt noch fleischfleischer klar Ich werde das jetzt mal testen, ich bin der Vorkoster. Was man sieht, Röstaromen gibt es damit aber auch. Ja, auf jeden Fall. Man kann ja denken, dass es nicht flach aufliegt. Es wird schön braun. Genau, das ist ein Unterschied zu einer Aluminiumschale. Bei dieser Schale ist es schwierig, diese Farbe zu bekommen. Lena, wie schmeckt es? Lecker? Es schmeckt tatsächlich sehr gut. Was ich mich gefragt habe, wenn man die Wurst draufgelegt, muss man die ständig drehen. Normalerweise kann ich so machen, schick. Aber ist das alles Fett, was hier unten drin schwimmt? Das ist Wasser. Ist das nicht gefährlich, wenn Wasser und Fett zusammenkommen? Hauptsache nicht zu wenig Wasser. Ich empfehle immer halbvoll. Halbvoll, okay. Ich hätte gedacht, weil das näher an der Hitze ist, das ist hier unten und das da oben ein bisschen weiter weg, dass es keinen Unterschied macht. Ja, das ist eine logische ... Ah, okay. Das ist klar, das kann ich nicht verstehen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das war gar nicht böse gemeint. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Eigentlich ganz einfach. In der Mitte haben wir eine höhere Temperatur. Am Rand ist die Temperatur ein bisschen weniger. Aber genau dieser höhere Unterschiede. Ah, okay. Gleich dieser Unterschiede aus. Hab ich verstanden. Aus welcher Jahr haben Sie das gemacht? Jetzt aus Edelstahl. Aber kann man auch aus vollkommenem Stahl machen. Oder Plastik. Ich würde das nicht empfehlen. Haben Sie das schon produziert? Das ist schon eine richtige Produktion. Ja, das ist nur Karton zum zeigen. Jetzt verkaufen ... Ach wirklich? Haben Sie nie ein bisschen mehr? Nein, nein. Aber haben Sie nicht Angst, dass einer sieht, dass er das in China nachmacht? Kein Problem. Wir haben Patente. Wirklich? Ah, guck mal. Viermal, viermal. Ah, guck. Moment. Sie dachten, das wäre ein Witz. Das war eine einzgemeinte Frage. Ja, für das Produkt haben wir schon viermal Patente eingemeldet. So. In Deutschland, in ganz Europa ... Aber noch nicht in China. Ja, unnötig. Macht keinen Sinn, oder? Das lohnt sich nicht, oder? Nein, nein. Sowieso. Ich habe tatsächlich aufgeschrieben, nur ein Wort, wow. Weil das ist irgendwie so simpel und gut abermals. Man fragt sich tatsächlich so, warum ist da vorher ... Also, es ist das Absurdeste wirklich immer wieder. Man fragt sich, warum ist da vorher keiner drauf gekommen? Also, ich bin Fan, Herr Moog. Ich würde es kaufen im Rewe. Ja, bestimmt. Tauert das Grillen denn damit länger? Nein, weil dafür ist der Abstand nicht groß genug, als dass es länger dauert. Ja, kein Problem. Funktioniert auch ein Gasgrill? Es funktioniert weder Gasgrill, Horstkohlegrill, oder Perletikgrill, Elektrogrill. Mit allem. Mit allem. Rund, oder veeeckig, es funktioniert mit allem. Aber nur eine Sache. Dieser Aufsatz muss kleiner sein, als dieser Horst. Sonst funktioniert es nicht. Also, Joko würde es kaufen ... Ich bleib hier einfach stehen. Du grillst hier noch ein bisschen, ne? Gibt's das denn? Mach mal weiter. Ich geh wieder mit zurück rein hinten, und dann grillen wir noch ein bisschen. Sehr gut. Würstchen wenden ist dein Ding. Würstchen wenden kann ich. Das ist Jokos Ding. Dankeschön. Wenn er eins kann, dann das. Ja, vielen Dank. Ja, Joko hat ja gesagt, er würde es kaufen. Die Frage ist natürlich, ob es tatsächlich brauchbar ist. Ob Sie das dann auch brauchen. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja. Wie teuer ist der Grill? Ja. Ah, jetzt verkaufen wir mit 30 Euro. So ist es fair. Okay. Aber ich weiß nicht, vielleicht in Zukunft, es wird mit 20 bis 40 verkauft. Je nach Material oder Bestellmangel. 20 bis 40. Da kommt der Verhandler schon durch. Ich hatte 20 gehört. Hatten Sie 20 gesagt? 20, super Preis. 20 ist ein guter Preis. Aber ist Grillen so ein Riesenmarkt? Ja, aber wir können ja mal kurz fragen ins Publikum. Sie haben Schilder. Grüne und Rote. Wer grillt grün? Wer grillt nicht rot? Wer grillt nicht? Gucken wir mal. Da haben ein paar Rot nach vorne gedreht. Das ist falsch. Aber auch einige Männer. Rot. Ja, aber man sieht also, Grill haben sehr, sehr viele Menschen zu Hause. Ob sie den aber diesen Aufsatz tatsächlich brauchen, das erfahren wir gleich. Erst einmal vielen Dank Familie Chang. Dankeschön. Danke. Indemierdeように machen wir solche Worte tun. Ich habe einen Ahnungson ed concernt. Ich würde bei den 선택 пал experienadi gingen. Keine Ahnung. Wir sind vielhVal Pause. Wat drauf? init